Dieses Video zeigt Ihnen, wie Sie die Ring Stick Up Cam Plug-In installieren. Diese ist eine intelligente, kabelgebundene Kamera, die Sie sowohl im Innen- als auch im Außenbereich platzieren können. Bringen Sie die Stick Up Cam zuerst an den Ort, an dem Sie die Kamera installieren möchten. Öffnen Sie nun die Ring App auf Ihrem Handy oder Tablet. Diese ist im App Store und im Google Play Store erhältlich. Wählen Sie Einrichten eines Geräts, tippen Sie auf Sicherheitskameras und scannen Sie dann den Barcode im Inneren des Akkufachs. Damit beginnt der Setup-Prozess in der App. Entfernen Sie anschließend den Gummistöpsel von der Rückseite Ihrer Stick Up Cam und schließen Sie den mitgelieferten Netzstecker an. Schließen Sie dann das andere Ende an eine Steckdose an. Wenn Sie die Kamera im Außenbereich installieren möchten, dann müssen Sie zuerst das mitgelieferte Outdoor-Netzkabel anschließen. Drücken Sie dazu den Druckkopf am Netzteil und ziehen Sie dann den Netzstecker. Schieben Sie dann einfach den Outdoor-Netzanschluss hinein, bis Sie einen Klick hören. Sie können es jetzt anschließen. Wenn Sie Ihre Stick Up Cam auf einer Oberfläche platzieren möchten, dann stellen Sie sie einfach an die gewünschte Stelle. Ihre Stick Up Cam ist nun bereit, Sie zu beschützen. Um eine nach unten gerichtete Ansicht von Ihrer Stick Up Cam zu erhalten, drehen Sie die Basis so, dass die längere Seite nach vorne zeigt. Und neigen Sie die Kamera dann in den von Ihnen gewählten Winkel. Ihre Stick Up Cam verfügt über zwei optionale Positionen für die Sicherheitsschrauben, um die Basis und die untere Abdeckung zu sichern. Um sie zu verwenden, setzen Sie einfach die mitgelieferten Schrauben ein und ziehen Sie sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher an. Nun sehen wir uns an, wie Sie Ihre Stick Up Cam an einer Wand befestigen können. Entfernen Sie zunächst die Basis, indem Sie sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher abschrauben. Befestigen Sie die Basis wieder an der Rückseite Ihrer Stick Up Cam. Achten Sie darauf, dass der Pfeil auf der Halterung nach oben zeigt. Wenn alles festsitzt, dann entfernen Sie die Montagehalterung von der Basis. Sie sollte einfach abnehmbar sein. Halten Sie nun die Montagehalterung mit dem Pfeil nach oben an Ihre Wand und befestigen Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben. Schieben Sie anschließend Ihre Stick Up Cam auf die Halterung, indem Sie die Vertiefungen in der Basis auf die Haken in der Montagehalterung führen. Ihre Stick Up Cam ist nun bereit, Sie zu beschützen. Falls nötig, können Sie auch die zwei optionalen Sicherheitsschrauben anbringen. Um das Gerät an Ihrer Decke zu befestigen, verwenden Sie die Halterung für die Stick Up Cam, die separat erhältlich ist. Wir hoffen, dass Ihnen das Video geholfen hat, Ihre Ring Stick Up Cam Plug-in einzurichten. Brauchen Sie weitere Hilfe? Besuchen Sie uns auf ring.com